Einen wunderschönigen Sonntag, Mittag wollte ich sagen, nein, einen wunderschönen sonnigen Mittag, Vorabend, was auch immer. Wir haben halb sechs, das ist schon Abend. Herzlich willkommen zu unserer neuen Edition, neuen Ausgabe, frisch aus dem Urlaub sozusagen. Soll ich dir mal was sagen? Ich finde, mein Glow vom Marine-Kollagen sieht man definitiv schon. Ja, Kollagen ist der Burner. Doch, ich muss auch mal wieder einsteigen. Wir haben halt eben auch wegen der... I got a Collagen. Ich habe nicht nur den Allure-Glow, sondern auch den Kollagen-Glow. Ja, egal, darum soll es hier gar nicht gehen. Und zwar, wir sind wieder back on track, also wieder zu Hause in der Homebase, im Homeoffice. Ja, deswegen habe ich auch mal kurz an das Quarzen-Trikot übergestreift. Ich habe gar nichts zum Prüchtern dabei, merke ich gerade, aber ich gehe jetzt auch nicht mal hier vom Stuhl runter und hole mir was. Ja, wir wollen kurz mit euch über das Thema Ängste sprechen. Weil wir hatten so, also nicht, dass wir persönlich jetzt Angst hatten, doch, du hast vielleicht mal eine Spinne gesehen oder sowas. Aber wir haben durchaus jetzt auch die letzten Tage so, durch zwischenmenschliche Interaktion, das ist nicht mit uns, aber durch Interaktion mit anderen Individuen sind wir doch durchaus wieder auf das Thema aufmerksam geworden. Also Ängste, verkappte Ängste, was hat man sich so, Verlustängste, was trägt man denn sein ganzes Leben schon mit sich, was hat man so nie ablegen können oder auch unnötige Ängste. Ja, aber wie dröseln wir das Ganze auf? Wo fangen wir an? Weil das ja schon ein sehr, sehr großes Thema ist. Also ich glaube, es gibt verschiedene Ängste. Es gibt offensichtliche Ängste und Ängste, die einem unbewusst sind und vielleicht mal ins Bewusstsein kommen müssen, dass man es ablegen kann. Aber ich fand auf jeden Fall den Spruch von Tobias Beck gut, wenn du erkannt hast, dass du, wenn du Angst hast und erkannt hast, dass du einfach nur die Tür zur Angst öffnen musst und dann erkennst, dass vor der Tür niemand steht, dann hast du es geschafft quasi, ja. Und so ist es auch, weil Ängste im Endeffekt existieren gar nicht. Ängste bilden wir uns im Kopf. Und das ist ja Fakt. In der Realität gibt es keine Ängste. Ja, es gibt ja durchaus, du hast ja vollkommen recht, aber ich würde schon sagen, dass es auch was, es gibt pathologische Ängste, die durch Medikamente oder sowas verursacht werden oder auch werden können, ja. Oder dass man halt eben durch diverse Sachen schon auf die, ja, vielleicht auch das falsche Erdmaterial mitbekommen hat, dass man dazu neigt, halt sich auch in Ängste zu verwickeln. Aber wie du halt eben sagst, wir gehen ja mal vom alltäglichen Leben aus, am Gegenüber von... Ja, ich rede jetzt nicht von der Angst, wenn dich jemand umbringen will und du hast Todesangst, ne, oder hast einen Unfall um Gottes Willen, ne. Also ich rede jetzt von den Ängsten, die wir wirklich im Kopf haben. Also sowas wie Doma gesagt hat, Verlustängste, Angst vorm Versagen, Angst, nicht gut genug zu sein, Scheiternangst, ne. Dann dieses Everybody's Darling sein wollen, weil man einfach Angst vor Ablehnung hat, Angst vorm Nein, was wir ja auch so als Thema hatten. Also all die Ängste, in die man sich im Kopf manövriert und ich würde fast behaupten, Frauen sind da noch schlimmer wie Männer, weil Frauen haben ja Gedankenkino hoch 10. Letztens habe ich dazu ein gutes Reel gesehen, wo jemand erklärt hat, also eine Dame erklärt hat, wie es so mit den Ängsten ist, wenn man ins Bett geht, was für ein Gedankenkarussell man erstmal fährt und oftmals das dann auch zu Schlafstörungen bringen kann, weil man einfach diverse Ängste hat. Und das sind eigentlich so die Ängste, von denen wir jetzt sprechen, so die Dinge, die durchaus extrem schlimm sind, weil sie einen ein Leben lang blockieren können, aber die man halt so im Kopf hat, ne. Wieso hast du Angst vor Spinnen? Das weiß ich halt auch nicht, da müsste ich echt mal eine Hypnose oder so machen. Ich vermute, meine Oma hatte Angst vor Spinnen, dass ich das von ihr übernommen habe, dass ich als Kind wahrscheinlich gesehen habe, wenn sie halt geschrien hat oder so, wenn da eine Spinne war oder keine Ahnung, ich vermute. Wieso hat die Jasse Angst vor Mäusen? Das ist eine gute Sache, das weiß ich auch nicht. Aber die Angst ist schon krass ausgeprägt. Weil die Jasse ist noch krasser wie bei mir. Die geht richtig ab wie Schmitz-Katzer, ne. Also die geht ja wirklich unter die Decke, wenn sie was sieht oder auch nur hört. Ohne schon mal irgendwie einen Ratten- oder Mausenschwanz gesehen zu haben, der wird sie ja schon komplett holen, ne. Ja, aber fangen wir an, über generalisierte Angststörungen gibt es ja alles Mögliche. Du bist herangewachsen, bla bla bla, du hast Panikstörungen, du hast, es gibt ja auch, neulich war so ein Fall von einem YouTuber, das ist schon länger, hat er sich so selbst diagnostiziert oder durch einen Psychologen, Therapeuten, wie auch immer. Sozialphobie, Sozialstörung, Sozialangst, quasi sich mit Menschen irgendwie auseinanderzusetzen oder auch Menschenmassen zu meiden, sich da auch nicht mehr wohlzufühlen, bla 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 bla. Das ist ja auch alles, ich weiß nicht, ich denke auch in den letzten vier Jahren ist das auch ein bisschen hochgekocht, das Thema. Weil wir mussten ja zu Hause bleiben. Ja. Also wir werden wahrscheinlich jetzt viele Ausreißer haben, weil es ja verschiedene Arten von Ängsten gibt. Aber ich denke mal so auch, also nicht bei mir persönlich, aber ich habe immer weniger Lust auf Menschenansammlungen. Ah, ich voll. Also nicht, weil ich jetzt denke, ich kann die Masse nicht überblicken, die Masse kannst du eh nicht überblicken. Aber ich habe immer weniger Lust auf diese Menschenaufläufe, auf das Gedränge. Also ich bekomme keine Schweißausbrüche, ich bekomme keine Panik. Ich bin es einfach nur überdrüssig. Ich bin es mir leid, wirklich sowas zu geben. Ja, ich brauche meinen Platz zum Laufen. Ja, ich brauche meine Ruhe und ich will letztendlich irgendwie anrempeln, angepöbelt werden oder irgendwas. Nein, ich glaube, das kommt aber auch vom Beruf. Ja, wir hatten ja immer viel mit Menschen zu tun, nach wie vor. Bloß vorher im Einzelhandel war das ja omnipräsent. Sei es durch die eigenen Mitarbeiter oder auch durch die Kunden oder auch externe Partner. wurde halt eben ständig wirklich in, ja, wurde es beregnet die ganze Zeit damit. Aber ich, also ich persönlich würde sagen, das ist bei mir keine Störung. Das ist halt einfach nur, ähm... Also was ich so zum Thema Angst... Hast du keine Angst, ne? Nee, Angst ist es nicht, dass einfach keinen Bock drauf haben, nicht wollen, nervös werden. Also ich sag mal so, was ich halt so beobachtet habe, bei meiner Oma, muss ich sagen, ist halt, ähm... Die hatte Platzangst und das hatte die auch schon immer, also seit ich denken kann, aber halt nicht in dem Ausmaß, in dem sie es jetzt am Ende, sag ich mal, kurz vorm Tod hatte. Also es war so extrem, dass sogar ein Licht an sein musste im Zimmer. Sie konnte, ich meine, die konnte noch nie haben, wenn der Rollladen... Also bei uns wurde nie der Rollladen zugemacht zum Schlafen. Es gibt ja Leute, die machen den, ähm, Rollladen zu, das ganz dunkel ist zum Schlafen. Das wurde bei uns nie gemacht, weil meine Oma, ähm, konnte das nicht haben. Die hat dann Platzangst gekriegt im Dunkeln und, ähm, das ging aber eigentlich über die Jahre hinweg. Da war das halt aber bis, ich sag mal so, das steigerte sich immer mehr. Also irgendwann wollte sie auch keinen Fahrstuhl mehr fahren. So die letzten fünf Jahre, so drei Jahre vielleicht, wo sie keinen Fahrstuhl sogar mehr fahren wollte, was vorher gar kein Problem war. Und zum Ende hin wollte sie wirklich auch immer ein Licht anhaben, weil sie davor auch Ängste hatte. Und ich persönlich bin der Meinung, dass diese Angst gerade bei ihr zugenommen hatte, wo dieses ganze Thema Pandemie war. Was eigentlich ja mit Platzangst an sich nichts zu tun hatte, aber ich finde, man hat einfach gemerkt, durch diese Medienschürerei von Angst, die hatten ja wirklich regelrecht Angst, krank zu werden. Also jeden Tag sind Millionen von Menschen gestorben. Also das war ja, es war ja eine panische Angst, was meine Oma auch hatte, wirklich vor dieser Krankheit an sich. Also krank werden und das steigerte sich ja dann über die Jahre hinweg. Es ging ja von der Pandemie über dieses, ich werde krank, ging das ja bis hin zu Existenzängsten, weil alles wird so teuer, kein Gas mehr, der Krieg und Nebenkosten sind teuer, Lebensmittel sind teuer. Also dann steigerte sich das so in diese Angst, wobei das totaler Schwachsinn ist, weil die doppelt, ich sage es euch, fünffach abgesichert sind, ja, nach wie vor. Aber das war einfach so diese Angst und man hat halt gemerkt, egal in welches Thema es ging, egal wirklich um was, ob es um mich ging, ob es um sie ging, ob es um Dommer ging, egal bei was, hast du bei ihr einfach so die Angst in den Augen gesehen. Und das war so das Schlimmste, weil ich muss halt sagen, wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich gucke ja schon seit Jahren wirklich kein Fernsehen mehr, keine Nachrichten so gut wie. Bei ihr war das so, wir sind ja jahrelang wirklich zweimal die Woche tausend Kilometer gefahren und das war dann auch schon so Angst, es passiert ein Unfall. Kann man auch irgendwo nachvollziehen, ich habe einen Onkel, der mit dem Motorrad verunglückt ist, tödlich, dass sie da Angst hatte, kann man verstehen. Aber das jetzt nur mal so als Beispiel, sie hatte wirklich vor allem, also selbst glaube ich, wenn man gesagt hat, ich habe einen Arzttermin, dann war auch schon so Angst. Ja, aber hat es sie nicht einmal gesagt, dass es auch daher rührt, auch jetzt ihre Platzangst explizit oder auch die Angst vorm Dunkeln, die Bunkerzeit im Zweiten Weltkrieg. Ich meine, die mussten sich da auch regelmäßig verschanzen, wenn dann die Flieger hier über die Pfalz geflogen sind, die Bomber. Ja, das kam daher. Und ich denke mal, so hat sich das alles dann irgendwie subsummiert über die Jahre, weil du kannst, die Ärzte haben ja auch regelmäßig Panik gemacht. Sie muss sich, sie muss diese Therapie machen, sie muss das machen, sie muss das spritzen, sie muss, sonst wird Fall XYZ eintreten. Also sie war, vor allem meine Oma war eine gesunde, starke Frau. Also ich kenne niemanden, der fitter war wie sie, also die hat glaube ich mit, ich will nicht lügen, mit 80 oder 81 ihr letztes Mal das Sportabzeichen gemacht. Ja, die hat nur ihr Sportabzeichen gemacht. Ja, die hat mich nass gemacht, ganz ehrlich, wenn wir, ich bin manchmal mit ihr walken gegangen, da ist die den Berg hoch wie eine Gazelle, ich schwöre es euch, ich stand noch unten, da war die schon oben. Also meine Oma war so sportlich, auch so gesund, nicht geraucht, gar nichts, ne, also es ist eigentlich unfassbar, dass die Frau, ja. Aber ich meine mal auch, auch durch unser Aufwachsen, je nachdem, ob du einen guten Mentor hast, eine gute Mentorin, Lehrer, Lehrerin, weil es fängt ja schon im Kindergarten an mit der Kindergarten-Crew. Also inwiefern dann auch die Leute, wenn wir jetzt vom Leistungsspektrum heutzutage ausgehen wollen, ne, die High-Performer und die, ich sag mal, die Low-Performer, ja, wie viel da schon rein investiert wird, den Leuten Angst zu machen, dass sie versagen, Versagensängste. Also, klar, ich finde Competition immer wichtig, es muss einen Wettbewerb geben, Kinder untereinander sind auch immer ständig im Wettbewerb, ob es der Erwachsene jetzt will oder nicht, ja, deswegen finde ich das auch riesengroßen Bullshit, was die, ja, verantwortlichen Personen mit Bundesjugendspielen machen, dass es quasi eigentlich nicht mehr bewertet wird oder wie auch immer, platzmäßig, wie auch immer, das ganze Thema, was da so runtergespielt wird, dass ja jeder ein Gewinner ist. Ja, natürlich braucht es das, ne, dass es auch irgendwo Gleichheit gibt und sowas, aber das Leben ist nicht fair, das Leben ist nicht immer gleich, das Leben, je nachdem, wenn du vor dir hast, da werde ich immer anders da beurteilen, framen, wie auch immer, deswegen brauchen wir die Competition, deswegen bringt halt eben dieser Weichspülgang überhaupt nichts. Also im Endeffekt ist es so, meiner Meinung nach, diese Ängste machen einfach nur krank. Ja, natürlich. Und was hier seit langen Jahren leider schon betrieben wird, ist Führen mit Angst. Ich kenne das aus dem Beruf auch, kennt man das auch zugeniegt. Aber jetzt ist es halt so, ich sage mal so, es kennt ja nicht jeder, also es kennt ja nicht jeder, dieses Führungssystem. Und es ist einfach so, dass wirklich hier Angst geschürt wird und wie gesagt, Ängste führen nachweislich zu Krankheiten und zu schlimmen Krankheiten. Und da braucht man sich auch nicht wundern, warum immer mehr Diagnosen kommen von schlimmen Krankheiten, weil einfach diese Ängste, die sorgen dafür, dass man Magengeschwüre kriegt, dass man sonstige Krankheiten kriegt. Und das ist wirklich furchtbar. Deswegen, es ist so, so wichtig, über seine Ängste zu sprechen, vor allem die Ängste zu erkennen erst mal. Man erkennt es ja nicht unbedingt als Angst. Ich meine, klar, Angst vor Spinne weiß man, okay, ist Angst. Platzangst ist Angst. Aber wenn ich Angst habe, zu versagen, das erkenne ich ja nicht sofort als Angst. Ich denke ja vielleicht im ersten Moment, ich bin nicht gut genug. Ich denke ja nicht, ich habe jetzt Angst, dass ich hier scheitere oder Angst, meinen Job zu verlieren. Oder ich habe jetzt Angst, keine Ahnung was zu machen, sondern ich denke ja über mich selber, ich bin nicht gut genug. Permanent rede ich mir ein, ich bin nicht gut genug, deswegen kann ich das nicht machen. Und das ist ja das Gefährliche daran. Und das ist ja auch das, was wirklich krank macht. Und wirklich, man sollte mal in sich gehen und überlegen, welche Ängste hat man denn überhaupt? Und wie kann man da das Thema angehen? Braucht man wirklich professionelle Hilfe? Kann man vielleicht über andere Techniken mit dieser Angst umgehen? Oder kann man sich vielleicht selber der Angst stellen? Das ist immer so die Sache. Aber ich will euch ermutigen, einfach mal einen anderen Weg zu gehen. Mal aus diesem Muster Angst auszubrechen und zu schauen, was passiert. Ich meine, das Ding ist ja, Angst ist ja erst immer dann, also wir haben ja natürliche Fluchtangst vor Gefahr. Wir wollen uns verstecken, wir wollen wegrennen. Es gibt ja immer diese Situation, die uns auch von der Evolution in die Wiege gelegt wurden. Aber das Ding ist ja, wir können ja viel über Ängste reden, wie die entstanden sind, wie sie gerade da sind. Aber wie konkret gehen wir jetzt auch mit einer Angst um? Beispielsweise, ich habe jetzt eine Höhenangst. Ich sage jetzt nochmal, inwiefern beeinflusst dann halt eben diese Angst dein tägliches Leben? Ist es dann wirklich schon die Zwangsstörung vor Keimen, vor Bakterien, vor Viren, dass du dir alle fünf Minuten dann die Hände abputzt mit dem W5-Wischtuch? Was weiß immer, was auch immer. Dass du laufen die Hände desinfizieren musst oder dass du, es gibt ja mannigfaltige Störungen und Ängste, dass du laufen gucken musst, ob ein Lichtschalter aus ist, ob die Herdplatte aus ist, ob du das ausgeschaltet hast, ob der Stecker vom Föhn draußen ist. Ja, ich sage mal so, kritisch wird erst dann eine Angst, wenn du dann am Sozialleben meinetwegen nicht mehr teilnehmen kannst, wenn du das Haus nicht mehr verlassen kannst, weil du laufend denkst, ey, bei der nächsten Türklinke oder was weiß ich, beim nächsten Knopf, den ich im Aufzug drücken muss, da habe ich eine Panikattacke, weil mich lauter Bakterien angreifen. Ich denke, das ist es, aber noch schlimmer, finde ich, sind die Ängste, wie gesagt, die man nicht erkennt als Ängste. Also die halt so verpackt und versteckt sind in anderen Eigenschaften. Also wie gesagt, wie jetzt zum Beispiel das Thema, nicht gut genug zu sein, dass man einfach denkt, man ist nicht gut genug, obwohl man einfach vielleicht Angst hat vor dem Versagen oder Angst vor Ablehnung. Und der erste Weg, wie man sowas gut rausfinden kann, ist halt, wenn man mal ins Gefühl geht, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wenn man mal in bestimmten Situationen ins Gefühl, also wie fühlt man sich in bestimmten Situationen? Also da ist es am einfachsten, man stellt sich einfach mal vor, wie fühlt man sich, wenn man sich gut, also welche Situationen im Leben hat man gehabt, wo man sich richtig gut gefühlt hat? Keine Ahnung, das kann sein bei der Hochzeit, als das Kind geboren wurde, als man seinen Studienabschluss, Schulabschluss gemacht hat. Also was für eine Situation hat in meinem Leben, wo man sich so richtig gefreut hat, richtig gut gefühlt hat und dieses Gefühl einfach mal nehmen und vergleichen mit zum Beispiel einer Situation, zum Beispiel auf der Arbeit. Wie fühlst du dich auf der Arbeit? Wie fühlt sich dein Magen, deine Magengegend an? Wie ist deine Stimmung? Wie ist deine Kopfgegend? Also wie fühlt sich das an, auf der Arbeit zu sein? Schnürzt dir irgendwie die Atemwege zu? Oder hast du das Gefühl, du musst dauernd auf die Toilette? Also was für ein Gefühl hat man, wenn man, keine Ahnung, zum Arzt geht? Was für ein Gefühl hat man, wenn man, wie Doma gesagt hat, unter Menschen geht? Also was ist das Gefühl? Zum Beispiel, wenn ich unter viele Menschen gehe, entsteht bei mir so ein Unruhegefühl. Ich bin so ein unheimlich ruhiger, harmonischer Mensch. Und wenn ich so in die Menge gehe, dann merke ich so, also das ist aber auch nicht überall so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf einer Veranstaltung von unserer Partnerfirma sind, habe ich das nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ja, ich mag den Trubel und das viele auch nicht. Aber bei mir ist es eher, wenn ich auf so ein Volksfest gehe oder so, oder einkaufen und diese verschiedenen, wie soll man das sagen, diese verschiedenen Energien, nicht Energien, aber so diese Launen von Menschen, die auf einen zukommen, das sorgt bei mir so im Unbewusst für so eine innerische Unruhe, so ein brodelnder Vulkan. Bei mich macht das dann auch nervös und ich werde dann auch aggressiv, so richtig. Also das ist bei mir das Gefühl, wenn ich jetzt in eine Menschenmenge gehe, es ist keine Angst, sondern wirklich dieses, ah, ich will hier raus, so. Und ich glaube, man sollte einfach mal in das Gefühl gehen, wie fühlt sich das an? Und wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann sollte man in die Analyse gehen, woher kommt dieses ungute Gefühl? Ist es Angst oder ist es irgendwie was anderes? Und dann sollte man, wie der Dommer das vorhin gesagt hat, analysieren, woher kommt es eventuell? Also kommt es aus der Kindheit wirklich? Wie gesagt, zum Beispiel meine Oma hatte Angst vor Spinnen. Oder, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel, oftmals ist es so, wenn man ein Scheidungskind ist, dann haben ja oftmals die Leute auch im Erwachsenenleben Angst vorm Alleinsein, weil die als Kind schon viel alleine gelassen wurden. Also was ist so das Thema, das man hat? Das halt versuchen zu analysieren. Ja, dann hat es ja aber auch viel, also erst mal mit den eigenen Gefühlen, dass man die versteht, dass man die auch dann nicht nur versteht, man weiß die zu analysieren, man weiß sie auch zu akzeptieren. Ja. Aber dann, also ich bin auch der Meinung, ich versuche es ja immer wieder. Wir hatten ja jetzt auch einen sehr hoch gelegenen Balkon in Kroatien, wo man in der, also für dich wahrscheinlich, für dich wahrscheinlich geht es halt ein Balkon. Ich habe auch Höhenangst, aber nicht so arg. So und dann, ich versuche es ja, also ich tue mich ja immer, ich stelle mich der Exposition sozusagen. Ich expose mich der Situation und versuche dann so mit leichten Schritten an den Balkonrand, ans Geländer zu gehen und gucke dann runter. Dann habe ich direkt gemerkt, oh, der Ewe macht einen Schlag. Aber ich versuche es halt eben immer, bei uns draußen auf dem Balkon hier in der Wohnung habe ich kein Problem. Keine Ahnung, woran das liegt, vielleicht auch, weil ich das besser überblicken kann oder schon länger hier wohne mit dir und auch schon mehr draußen gearbeitet habe. Aber das in Kroatien war eine krasse Situation. Ich gucke runter, ich wurde direkt schwindelig. Direkt schwindelig und die Beine werden war ich. Aber ich für mich versuche halt eben immer die Situation zu suchen. Du hast ja auch über mich gelacht oder der Mama, wo man im Joko, wo auch im Skywalk war. Also rückwärts, ich bin rückwärts gelaufen, das erste Mal, wo wir dort waren. Rückwärts gelaufen, nach oben gucken, war in Ordnung. Aber gerade auslaufen, runtergucken, war der Killer. Ich konnte es nicht. Und dann sehe ich halt eben auch kleine Kids und ältere Leute oder wie auch immer, alles gemischte Gruppen, die laufen einfach so drüber. Ich kann das nicht. Aber beeinflusst, also bin ich jetzt beispielsweise... Ja, ich glaube, das kann man jetzt selber beheben. Da muss man wirklich irgendwie das behandeln. Ja, aber genau, beeinflusst mich das jetzt. Will man es ändern, ja. Bin ich jetzt ein Bauarbeiter, der den nächsten Skyscraper baut in New York und ich muss hier auf diesen Balken herum tänzeln, auf den Stahlbalken und die zusammen löten, löten sage ich, verschweißen oder Nietenbolzen durchjagen. Nee, so. Da denke ich mir, okay, ist es jetzt so wichtig, dass ich dann daran arbeiten muss. Aber ich finde, man muss erst mal wirklich so in die Analyse gehen. Wo kommt es her? Was macht das Gefühl oder was macht die Angst mit einem? Und dann muss man halt eben auch gucken, wie man sich da beispielsweise auch entspannen kann. Ja, ich war ja auch schon in Reha-Behandlung und sowas. Wir haben verschiedene, also lauter so komisches Zeug durchgemacht. Progressive Muskelentspannung. Den ganzen Körper oder Muskelteile anzuspannen, richtig fest anzuspannen, nicht nur gedanklich, sondern halt eben auch den Muskel anzuspannen und dann in den Release zu gehen, also loszulassen und dann versuchen, eine körperweite Entspannung hervorzurufen. Ja, das wäre beispielsweise auch so ein Lösungsansatz. Aber ich würde jetzt auch gar nicht mal wurscht drauf, was ich jetzt eigentlich genau sagen wollte. Obwohl ich hinaus... Erzähl mal du weiter. Methoden halt. Ja, also im Endeffekt, ich kann euch nur ermutigen, also in die Angst zu gehen, egal wie schlimm die ist. Also ich habe ein ganz gutes Beispiel von mir selber. Also ich bin jemand, ich war immer, ich war auf der Hauptschule, aber ich war halt sehr gut auf der Hauptschule. Ich hatte halt Einser und Zweier, habe da auch meine mittlere Reife gemacht und hatte eigentlich nie Probleme. Und das erste Mal im Leben, wo ich so das Gefühl von Scheitern hatte, war bei meiner Führerscheinprüfung. Weil ich bin einfach zweimal durch die praktische Führerscheinprüfung gefallen. Ich habe erst beim dritten Mal meinen Führerschein bestanden. Praktisch. Theorie sofort. Aber praktisch hatte ich einfach Panik. Ich kann euch gar nicht sagen, wie diese Panik entstanden ist, aber was sich daraus gebildet hat, war noch viel schlimmer, weil ich hatte dann ab dem Zeitpunkt wirklich Prüfungsangst. Das heißt, das Problem war, eine Prüfung oder eine Klausur zu schreiben, okay, aber mündliche Prüfung oder eine Präsentation halten, was natürlich im Studium einfach das A und O ist, das gehört einfach mit dazu, war für mich eine Katastrophe. Diese Situation vor, keine Ahnung, ich meine, bei so einer Vorlesung sitzt man vor mehr Leuten, wie jetzt bei einer Klasse, sage ich mal. Aber egal, auch schon die 30 Leute, auch schon 5 Leute hat gereicht. Ich bin jemand, der eigentlich, ich meine, ihr hört es ja, ich kann mich gut artikulieren, ich kann gut sprechen, ich bin wortgewandt. Aber diese Situation war für mich so die Hölle, dass ich wirklich gezittert habe. Das Ding ist, wenn ich dann noch eine Karteikarte in der Hand hatte, auf die ich drauf gucken sollte, dann habe ich solche Panik gekriegt, weil ich dann meine Hand habe zitternd sehen, obwohl andere das gar nicht wahrgenommen haben, habe ich das aber so, weil ich habe dann gefragt, weil ich meine, man kriegt ja immer ein Feedback im Studium auch, wie war die Präsentation. Und ich habe natürlich dann auch Leute gefragt, die da mitsaßen, sagen wir mal, hat meine Hand gezittert, habe ich hier das und das gehabt? Und die haben dann gesagt, nein, überhaupt nicht. Aber ich hatte so das Gefühl, meine Hand zittert, meine Stimme geht weg, hatte ich so das Gefühl, meine Stimme geht auf und ab. Und das Problem ist, das war alles gar nicht so. Das war in meinem Kopf so, aber dadurch habe ich zum Teil dann auch einfach ein Blackout gehabt und konnte einfach nicht abliefern. Jetzt war doch das eine, dass ich im Studium war. Das Studium habe ich hinter mich gebracht, erfolgreich bestanden. Aber dann bin ich Führungskraft geworden. Erstmal, man spricht vor seinen Mitarbeitern. Also man hat einfach Marktmeetings. Da sind dann erst mal 30 Leute, dann sind es 100. So eine Filiale hatte an die 100 Mitarbeiter. Und später, also relativ schnell, bin ich ja dann, sage ich mal, noch mehr aufgestiegen. Dann hatte ich über 800 Mitarbeiter. Dann musst du vor Kollegen Präsentationen halten, vorm Chef. Dann hast du neue Coachings, die eingeführt werden. Dann musst du vor 300 Leuten sprechen. Und das war einfach ein Thema, wo ich gesagt habe, das geht halt nicht. In meinem Job gehört es dazu. Und ich muss diese Angst schaffen abzulegen, weil ich kann mich einfach nicht verstecken. Und was mir dabei geholfen hat, so blöd wie das jetzt vielleicht für manch einen klingen mag, ist Social Media. Ich habe angefangen, wirklich Live-Videos zu machen. Ich habe angefangen, wirklich Live-Videos zu machen, Videos aufzunehmen. Ich konnte das wahrscheinlich genauso wenig leiden, wie ihr es im Moment auch nicht leiden könnt. Aber ich habe so angefangen, mich zu zwingen, raus aus dieser Angst zu gehen, raus aus der Komfortzone zu gehen und auch für unsere heutige Partnerfirma Präsentationen zu halten, weil es da ja erst mal, sage ich mal, nicht so, wie soll ich sagen, ich kannte da die Leute gar nicht, das war nicht so gravierend. Da habe ich auch auf Veranstaltungen angefangen, Präsentationen zu halten. Und so habe ich diese Angst, indem ich in die Angst erst mal rein bin, wirklich geschafft abzulegen. Und wer mir folgt, weiß, ich mache ziemlich viel Live-Videos und sonst was. Und heute ist es kein Problem mehr. Aber damals war das so richtig eine Katastrophe. Und wir hatten ja jetzt vor kurzem unsere Business Opportunity. Da waren auch über 60 Leute. Und im Prinzip war es für uns auch das erste Mal, dass wir live wieder seit diesen vier Jahren oder fünf Jahren vor Menschen gesprochen haben. Vor allem hat es natürlich immer gemacht. Aber es war überhaupt kein Problem. Also es war wie täglich Brot einfach, weil ich das halt vom Social Media her schon gewohnt bin, jeden Tag zu sprechen. Und das ist für mich so ein handfestes Beispiel, wo ich sagen kann, ich bin aus dieser Angst rausgegangen und konnte dadurch was bewegen. Und was ich euch auch noch als Tipp mitgeben kann, ist, wenn ihr Angst habt. Was heißt Angst? Wenn ihr im Konflikt seid mit einer Person, sei es jetzt, ob das jetzt euer Partner, Freund, Vorgesetzter, egal was ist. Gebe ich euch mal einen guten Tipp. Wenn ihr in die Situation kommt, wo ihr aneinander rasselt und wo ihr vielleicht auch irgendwo Ängste habt, weil ihr habt Angst vor Ablehnung, ihr wollt jetzt keinen Streit. Vielleicht seid ihr auch, es gibt ja auch so Menschen, die haben Angst vor Streit. Die wollen nie Streit haben, immer Frieden und kein Konflikt und keine Diskussion. Aber ich will euch mal sagen, wenn ihr in so einer Situation seid, was immer ganz gut ist, wenn ihr genau anders reagiert, wie die Person euch einschätzt. Weil dann ist es so unberechenbar, also ihr seid für diese Person so unberechenbar, weil die hat genau erwartet, dass ihr so und so reagiert. Und wenn du genau andersrum reagierst, dann bringst du diese Person so aus der Fasson und da kommt meistens dann auch das wahre Gesicht raus. Deswegen auch, wenn ihr da Angst habt, geht in diese Angst rein. Ich will euch nur ermutigen, geht in die Ängste rein. Das Ergebnis, was ihr haben werdet, ist wirklich um Welten besser, wie ihr gedacht habt. Ja, Amen, also das ist ja, das ist ja, ja, ein großes Thema, Ängste, Ängste vor Ablehnung. Du willst deinen, deinen ersten Crush fragen auf ein Date im Kino oder geht man noch ins Kino oder ist es sofort Netflix und chill, ich weiß es nicht heutzutage. Aber halt eben auch auf Arbeit, durchgesagt, mit deiner Mitarbeiterverantwortung, zunächst vor einer kleinen Runde sprechen, dann hast du 800 Mitarbeiter, pipapo. Oder jetzt auch, sehr gutes Beispiel, die nächste Business Opportunity ist nicht ganz 14 Tagen, haben wir wieder die Möglichkeit, vor tollen Menschen zu sprechen. Da bin ich, aber jetzt kurz Anekdote zum letzten Mal, also wir waren ja vier Jahre quasi offline, also wirklich offline, wir haben eigentlich nur online gearbeitet, also wir hatten vielleicht mal hier und da eine Veranstaltung, wo wir von der Kleingruppe gesprochen hatten, aber eigentlich alles nur noch online betrieben, gehabt und da ist es mir tatsächlich, also ich mache die Präsentation schon seit, keine Ahnung, Anfang an, seit sieben Jahren plus minus oder ich hatte wirklich die Situation, jetzt wo wir dort live waren, ich habe in die Menge geschaut, in der ersten Reihe saßen unsere Eins, ja, dann guckst du ein bisschen weiter nach hinten und siehst ein paar neue Gesichter, ein paar alte Gesichter, ein paar Gesichter von uns, wie auch immer, da hat mich irgendjemand, ich kann es ja auch gar nicht mehr sagen, was Männlein, Weiblein, jung, alt, dick, dünn, groß, klein, ich weiß es nicht mehr, dann so gelacht, so, wie habe ich jetzt gesprochen, was habe ich gesagt, habe ich mich verhaspelt, habe ich, das passiert mir halt eben manchmal, dass ich mich verhaspel, und dann bin ich durcheinander gekommen, dann war ich echt durcheinander für einen kurzen Augenblick, aber man hat es nicht gemerkt, ja, aber ich in mir selbst war es dann so aufgeregt und aufgewühlt, dass ich erst mal gedacht habe, wann ist der nächste Part, der nächste Part war es ja dann du, dass du dann quasi weitergesprochen hast, ich gebe die Kerze, die Fackel an dich weiter, ich war so unsicher in dem Augenblick, ich kann dir nicht sagen, warum, ja, da kann ich auch nur den Tipp geben, also niemals in die Menge, also ich gucke nie in die Menge groß, also entweder man sucht sich Leute raus, die man kennt, oder wo man einfach weiß, man kriegt Support, oder ein Lächeln, oder ein Nicken, oder sorry, man guckt über die Leute hinweg, weil die Leute, es irritiert einen, die Leute unterhalten sich, oder die gucken aufs Handy, die lachen mal, oder so, es hat gar nichts mit einem selbst zu tun, aber es irritiert einen dann, weil man denkt, die Person hat vielleicht irgendwie was einem zu sagen, deswegen guck, also am besten ignorieren. Ja, also ich habe mir auch schon die ganzen Fragen, eben sagte ich ja, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich, die Fragen habe ich mir auch alle schon selbst beantwortet, wieso, weshalb, warum das passiert ist, oder der falsche Perfektionismus von mir, nichts Falsches sagen zu wollen, im Hochdeutschen zu bleiben, obwohl wir im Pfälzer Raum waren, und dann, wenn ich aufgeregt bin, rede ich gerne mal Pfälzisch. Also immer dieser falsche Perfektionismus, an dem man ja auch arbeiten muss, oder sollte, weil ich bin mir ziemlich sicher, kein einziger von denen da drin, im Publikum hätte es es besser gemacht, aber immer so dieser falsche Anspruch an einen selbst, also ich finde gut, Anspruch zu haben, aber dann dieser übersteigerte Anspruch, der ihnen dann quasi, der einen dann wieder, ja, Ängste machen kann, ja, dann wieder Versagensängste, was Falsches zu machen, pipapo, habe ich mir alles schon selbst beantwortet. Ich weiß auch schon jetzt, dass es beim nächsten Mal, also beim nächsten Mal, gediegener sein wird, man hat die ganze Location kennengelernt, man hat so ungefähr den Ablauf kennengelernt, das war ja auch alles, quasi die Jungfernfahrt von dem ganzen Thema, die Live-Präsentation wieder zu halten, in einem Hotel, dass man jetzt auch weiß, wo man das Ganze hält, wie man präsentiert, der Ablauf, klar, ist dann jeder Satz der gleiche, man weiß es nicht, vielleicht gibt es ein Wording, an das man sich halten möchte, und so weiter und so fort, aber man kann halt eben echt nur sagen, das Ganze verrückt machen, bringt halt eben nichts, auch der Teil der anderen Crew, die mit uns das Ganze gestaltet haben, auch die Sprecher und Sprecherinnen, die haben sich auch vorher so verrückt gemacht, und sowas, im Endeffekt haben die echt gut abgeliefert, hat echt Spaß gemacht zu hören, und auch zuzuschauen, wie der ganze Tag so gestaltet wurde, deswegen weniger Angst, und mehr Chagalaga. Ja, und vor allem, also habt keine Angst davor, wiederum euch Hilfe zu suchen, also einfach wirklich, wenn ihr merkt, ihr habt da ein Thema, und ihr könnt mit dem Thema nicht umgehen, dann versucht wirklich, euch Hilfe zu suchen, und lebt nicht damit, weil es macht so viel Lebensqualität kaputt, und wie gesagt, es kann wirklich dafür sorgen, dass man krank wird, deswegen in die Angst reingehen, egal welche Angst es ist, es wird danach definitiv besser sein, wie mit dieser Angst im Prinzip zu leben, weil Ängste, die entstehen wirklich im Kopf, und das kann einem im Kopf wirklich dann auch verrückt machen, also manche Leute, die haben wirklich schwerwiegende Depressionen, wegen solchem Kopfkino, sage ich mal, wegen Ängsten, die vielleicht, also was heißt vielleicht, wegen Ängsten, die gar nicht existieren müssen, oder in dem Sinne, gar nicht wirklich real sind, sondern wirklich nur im Kopf passieren, deswegen lasst euch wirklich helfen, und die Angst nehmen, um Gottes Willen, wir sind auch nicht perfekt, also ich habe auch meine Ängste, an denen ich täglich arbeite, also sei es, ob man da jetzt wirklich, sich positive Glaubenssätze schafft, ob man meditiert, ob man visualisiert, ob man Reiki macht, wie ich es zum Beispiel mache, oder auch Hypnose, ich kann euch Hypnose nur empfehlen, also das ist wirklich ein Megatool, dass man wirklich zum Thema Hypnose, einfach das Thema Ängste auch angeht, also wer da Interesse hat, kann mich gerne anschreiben, die Yvonne, die war ja auch schon mal bei uns hier im Podcast, die hat über Reiki gesprochen, die macht auch Hypnosekurse, auch online, also auch das ist ein Megatool, und hilft, ihr müsst halt für euch finden, welches Tool hilft euch, oder ist es vielleicht eher eine, weiß ich nicht, Gesprächstherapie, Familienaufstellung, es gibt so viele Sachen, also was hilft euch am meisten, aber versucht ein Tool, zu finden, mit dem ihr umgehen könnt, und diese Angst bewältigen könnt, weil in dieser Angst zu leben, letzten Endes, wie gesagt, es macht einfach nur krank, und wir müssen aus der Angst raus, wir müssen einfach diese Ängste hinter uns lassen, für eine gesunde Gesellschaft. Es ist auch so, auch unser ganzes Social Media Thema, hier mit Podcasts, und wann gehen wir online, und wann machen wir das überhaupt, vielleicht war das auch, oder hier Twitch, Livestreaming, vielleicht war das auch immer so das Thema, die Angst, was könnten andere sagen, aber andere, ganz ehrlich, die putzen dir den Arsch ab, die zahlen deine Miete nicht, oder auch sonstiges, man kennt ja die ganzen Sprüche, was wollen die anderen, im Endeffekt ist es doch, obliegt es doch deiner Verantwortung, das Beste aus deinem, hier und jetzt zu machen, aus deinem Leben zu machen, wenn du ständig nur auf andere hörst, und auf andere hörst, die es einfach nicht besser machen, oder nicht besser gemacht haben im Leben, dann brauchst du auch keine Angst davor zu haben, außer du hast einen Lehrmeister, einen Mentor, der es gut mit dir meint, und dir halt einmal Sachen an die Hand gibt, dass du es besser machst, dass du erfolgreicher wirst, das ist das eine, aber sich Angst machen zu lassen, nur, ja, vielleicht ist auch die Angst der anderen Person, sich da was aufschwitzen zu lassen, in die eigene Angst, eine eigene Angst daraus entstehen zu lassen, bringt es halt eben nicht. Ja. Raus aus den Ängsten. Ja, Verlustängste. Ja. Ja, auch mal macht man ja auch mit Ängsten mehr kaputt, als dass es wirklich was bringt, also, keine Ahnung, es gibt ja auch solche, weiß ich nicht, ja, gerade so das Thema Verlustängste, ne, also oftmals, wenn man so krasse, ah, wie soll ich sagen, manchmal, wenn man, wie soll man sagen, ne, wenn man die Zügel zu sehr anzieht, zum Beispiel, wenn man Kinder hat, ne, und sperrt die so gefühlt zu Hause ein, dann macht man es damit ja nur schlimmer, weil die dann abhauen, oder ausbrechen, oder einfach ihre Freiheit wollen, ne, also deswegen ist wichtig, einfach diese Ängste anzugehen, und zu bearbeiten. Ja. Ja, da gibt es ja diesen einen Spruch, aus dem Englischen oder aus dem Deutschen, ich weiß es nicht, äh, was sich bei dir bleibt, war nicht bestimmt bei dir zu sein, irgendwie so, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig zitiert habe, aber im Endeffekt ist es ja auch so, ähm, ja, auch, auch ständig eben, der Angst vor Mangel, im Mangel zu leben, äh, ist mir auch sehr krass aufgefallen, so, ähm, äh, ey, ganz ehrlich, wir müssen hier keine, zum Glück, zum Glück, toi, 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 äh, keine, keine, äh, Brunnen butteln, ne, dass wir an frisch Wasser kommen, oder sowas, bei uns kommt das, beim, wenn du den Hahn aufdrehst, kommt da frisches Wasser raus, ähm, also wir müssen hier nicht im Mangel, uns irgendeinen Mangel aufreden, ja, dass wir jetzt irgendwo eine Mangelerscheinung haben, äh, du hast maximal eine Mangelerscheinung, was deine Vitamine angeht, und da sind wir auch der richtige Ansprechpartner, das stimmt, ähm, äh, aber wir sind bei, beim besten Willen nicht im Mangel, klar, könntest du wahrscheinlich eine Null mehr auf dem Kunde haben, ja, könntest du ja überall ein bisschen mehr Money, Money haben, und was weiß ich, ne, aber auch hier das letzte, der letzte, die letzten zwei, drei Cent mehr machen dich auch nicht reicher, oder ärmer, deswegen auch nicht so viel immer in der Angst leben, äh, morgen könnte es zu Ende sein, was weiß ich, ja, oder jemand gönnt mir was nicht, wenn es dann so ist, ist es halt eben so, das ist ja nicht dein Problem, das ist das Problem der anderen Person, ich meine, du gönnst ja dennoch jedem alles, ja. So ist es. Raus aus der Angst. Mehr Achtsamkeit, findet Methoden, euch abzulenken, euch euren Ängsten zu stellen, sei es Meditation, sei es, wie sie eben sagte, die Jenny, durch, ähm, äh, wie heißt das? Hypnose. Hypnose, sorry. Ähm, mehr Selbstfürsorge für euch, vielleicht auch ein eigenes Management, also Zeitmanagement, eigene Strukturen aufbauen. Und ja, ich meine, da könnte natürlich noch viel mehr dazu sagen, man könnte auch JGPT fragen, was weißt du zum Thema Ängste? Eigentlich ist es die Angst hinter allem, die irgendwo steckt, ne? Also wenn man es so sieht, ist sogar das Essverhalten, was mit Thema Angst zu tun, die einen, die, ne, ich meine, wir hatten ja auch schon das Thema Magersucht und Fresssucht und keine Ahnung, die einen essen nichts, weil sie permanent Angst haben zuzunehmen, obwohl sie schon halb vom Fleisch fallen, die anderen essen nur und haben es dann nur, weil sie Angst haben, sie kriegen zu wenig. Das sind ja auch alles Ängste, die irgendwo mal angefangen haben. Also irgendwo wurde halt mal jemand beleidigt, er ist zu fett, deswegen isst er vielleicht nichts mehr und ist magersüchtig. Ein anderer reagiert so, dass er dann aus Trotz frisst. Ähm, der Nächste, keine Ahnung, der hat als Kind nicht genug bekommen oder Dinge verboten bekommen und deswegen geht es dann über in dieses, ich will das essen, ich will das hamstern, ich hab nicht genug, aber letzten Endes resultiert auch das alles immer aus einer Angst raus und auch das sind Themen, die man wirklich bearbeiten sollte, weil ich kann noch so viel Diäten machen und noch so viel abnehmen, aber wenn ich meinen Kopf dazu nicht ändere, dann wird das langfristig kein Erfolg sein und das ist das Thema Jojo-Effekt. Um Gottes Willen nicht immer, ne? Also wie gesagt, ich hab ja schon ein paar Mal gesagt, es gibt auch gesundheitliche Sachen, man muss schwere Tabletten nehmen, Stoffwechselprobleme, dass man jetzt wirklich, sag ich mal, eine Gewichtszunahme hat, aber wie gesagt, wenn es jetzt am Körperlichen nicht liegt oder an Medikamenten oder an irgendwelchen externen Einflüssen, dann ist es halt mit immer, also ist halt wirklich der Kopf immer eine große Sache, ne? Und auch sowas hat mit Ängsten zu tun. Ja, das ist die kognitive Umstrukturierung, das ist es, deswegen ist auch, ich will das nicht allzu lang ausschlachten, das Thema, dann Thema Diät abnehmen, was weiß ich nicht, wenn du wirklich so eine Art Frechstörung hast, Essstörung hast, wie auch immer, egal in welche Richtung, da sollte man sich schon professionelle Hilfe suchen, weil oftmals ist halt eben, ja, die Krux, irgendwo in der Kindheit, Kindheit aufarbeiten, das kleine Kind, das sind alles so, auch New Age Themen, sagt man, das ist ausgelutscht und das sagt jeder zweite Coach, aber de facto ist es ja so, dass das, was wir in der Kindheit erleben, uns prägt, wir haben die verschiedenen Stufen und so sind wir dann halt eben im Erwachsenen-Dasein. Ja, und wenn das Thema Essen, auch vielleicht ein ständiger Mangel, ja, dass Essen eine Rarität war oder viele Kinder, viele Geschwister und wer zuerst kommt, mal zuerst, da wurde gestopft, heutzutage sagt man Binge-Eating dazu, wurde die ganz gestopft und dann war wieder nichts und man hat sich schlecht gefühlt oder einer fängt an, sich zu erbrechen und frisst dann wieder, lauter das Thema, diese Essstörung, die es halt eben da mannigfaltig gibt. Ich bin der Meinung, in die Ängste rein, Ängste aufdecken, Ängste reflektieren, sich Unterstützung suchen, wenn man es selbst nicht schaffen kann, zu euch professionelle Unterstützung, guckt, was ist in eurem Umfeld, euer soziales Umfeld, sei es Familie, Freunde, Bekannte, Verwandte, vielleicht habt ihr da einen Ansprechpartner, eine Person, die euch am Herzen liegt, die euch auch gerne unterstützt und geht rein in die Ängste und vor allem, wenn sie halt eben euer Leben beeinflussen. Ich glaube, mehr habe ich an der Stelle auch in Nimi zu sagen, außer, dass ich Angst habe vor diesen riesengroßen Motten, die man in Kroatien schon hatten, die so groß sind wie ein Vogel und die einfach nicht nur verfolgen, die verfolgen einen, die greifen dich an, diese riesen Motten, diese Teile, mit ihrem, da siehst du, ihre Zähne, wie sie dich angreifen, die finde ich gestörte Teile. Genau, so viel dazu. Ja, so viel zum Thema Ängste. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder irgendwelche Themen oder gerne auch Geschichten, wie ihr eure Angst bewältigen könnt, dann schreibt es bitte in die Kommentare, wir freuen uns über alles und ja, wir hören und sehen uns definitiv zu diesem Podcast nächsten Montag wieder. Lasst bitte ein Like da, wie gesagt, gerne einen Kommentar und vor allem abonniert den Kanal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.